Fifty Languages Noventa yquatro Vierundneunzig Konjunktion 1 Konjunktionen 1 Konjunktionen 1 Espere até que a chuva pare Warte bis der Regen aufhört Espere até eu acabar Warte bis ich fertig bin Espere até ele voltar Warte bis er zurückkommt Warte bis er zurückkommt Vou esperar até que os meus cabelos estejam secos Ich warte bis meine Haare trocken sind Ich warte bis meine Haare trocken sind Vou esperar até que o filme tenha acabado Ich warte bis der Film zu Ende ist Ich warte bis der Film zu Ende ist Vou esperar até que o Semáforo fique verde Ich warte bis die Ampel grün ist Wann fährst du in Urlaub? Wann fährst du in Urlaub? Ainda antes das Ferias do Verão? Noch vor den Sommerferien? Noch vor den Sommerferien? Sim, antes das Ferias do Verão começarem Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen Conserte o telhado antes que comece o inverno Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt Reparier das Dach, bevor der Winter beginnt Lave as mãos antes de se sentar à mesa Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt Wasch deine Hände, bevor du dich an den Tisch setzt Feche a janela antes de sair Schließ das Fenster, bevor du rausgehst Schließ das Fenster, bevor du rausgehst Wann kommst du nach Hause? Depois das Aulas? Nach dem Unterricht? Sim, depois das Aulas terem terminado Ja, nachdem der Unterricht aus ist Ja, nachdem der Unterricht aus ist Depois de ele ter tido un accidente Ele não pôde mais trabalhar Nachdem er einen Unfall hatte Konnte er nicht mehr arbeiten Nachdem er einen Unfall hatte Konnte er nicht mehr arbeiten Depois de ter perdido o trabalho Ele foi para os Estados Unidos Nachdem er die Arbeit verloren hatte Ist er nach Amerika gegangen Nachdem er die Arbeit verloren hatte Ist er nach Amerika gegangen Nachdem er nach Amerika gegangen war Ist er reich geworden Nachdem er nach Amerika gegangen war Ist er reich geworden ein Gramm ein Gramm Will da Er ist ein das Er ist ein Untertitelung des ZDF, 2020